Der Halsband-Sittich, auch kleiner Alexander-Sittich genannt, ist die am weitesten verbreitete Papageienart. Er kommt sowohl in Afrika, südlich der Sahara als auch in Asien, beginnend mit Pakistan und Indien vor. Als Neozoon lebt er unter anderem in Europa und Nordamerika. Unterarten Es gibt vier allgemein anerkannte Unterarten. Abessinischer Halsband-Sittich Suons 1856 Außerdem existieren domestizierte und Neozoon-Formen, die eine Mischung aus mehreren Unterarten sind. Vor allem aus Psittacula Cameri Borealis, Psittacula Cameri Menylensis und Psittacula Cameri Cameri. Die Neozonen in Europa besitzen aufgrund genetischer Analysen Herkunftspopulationen in Nordindien. Die Artbezeichnung Cameri beruht auf der lateinischen Erstbeschreibung durch den österreichischen Ornithologen Kramer. Der allerdings keine gültige latinisierte Artbezeichnung lieferte, Skopoli übernahm die Beschreibung und generierte einen gültigen Namen. Kramer hat einen grünen Papagei mit schwarzem Schnabel beschrieben, der in der kaiserlichen Menenschmeri lebte. Da kein Typus-Exemplar existiert, ist die Interpretation hier sehr offen. Spätere Benennungen wurden verworfen. Aussehen Der Halsbandsittich ist überwiegend grün am Kopf, am Bauch und unter den Flügeln gelb-grün. Nacken und Rücken zeigen bei ausgewachsenen Männchen je nach Unterart einen mehr oder weniger ausgeprägten Blaustich. Die erwachsenen Männchen weisen zudem ein charakteristisches Halsband auf, das als schwarzer Streifen unter dem Kinn beginnt und in ein rosafarbenes Nackenbend übergeht. Halsbandsittiche haben je nach Unterart einen dunkelroten bis korallenroten Oberschnabel und einen roten bis schwärzlichen Unterschnabel. Die Schwanzfedern sind oben dunkelgrün, die mittleren blaugrün, die kleinen gelblich. Die langen Schwanzfedern sind an der Spitze gelb. Auffällig ist auch der orange-rote Liedring, der das Auge mit einer rot gesäumten, hellen Wachshaut und einer bläulichen Iris umschließt. Bei pflügen Jungtieren sind die Wachshaut und Iris dunkel. Jungtiere gleichen im Gefiederweibchen. Die Gesamtlänge des Vogels mit Schwanz beträgt etwa 40 bis 43 cm, wobei der Schwanz etwas mehr als die Länge des Körpers ausmacht. Ursprüngliche Verbreitung Halsbandsittiche kommen in vier Unterarten vor. Das natürliche Verbreitungsgebiet der afrikanischen Unterart Psittakula Kramere Kramere erstreckt sich in Afrika vom Senegal und Guinea in einem breiten Band durch den Saal bis in den Südsudan, wo sich das Verbreitungsgebiet der zweiten afrikanischen Unterart P.K. Pavel Rostris durch Äthiopien bis nach Shibuti und Somalia anschließt. In Asien leben die Unterarten P.K. Borealis und P.K. Menelnses in einem Gebiet, das den gesamten indischen Subkontinent sowie Pakistan, Bangladesch, Myanmar und Sri Lanka umfasst. Niosu, als Neubürger, der Bestände aus Gefangenschaftspflichtlingen aufbauen konnte, ist er zunehmend in städtischen Gebieten der nördlichen Mittelmeerländer als Kulturfolger zu finden. Alexander der Große brachte ihn vor mehr als 2300 Jahren aus Asien nach Griechenland, daher auch die Bezeichnung Alexander-Sittich. Außerdem findet man ihn im Raum Paris, in den größeren Städten Belgiens, den Niederlanden sowie im Süden und Osten Englands, wo er seit den 1930er Jahren bekannt ist. Zwischen den 1970er und 1990er Jahren gab es in Österreich zwei Brutansiedlungen im Wiener Türkenschanzpark und im Innsbrucker Hofgarten. Darüber hinaus gibt es eingebürgerte Vorkommen in den USA, in Südafrika und Japan. In Deutschland traten 1969 die ersten Halsband-Sittiche in Köln auf, inzwischen leben dort geschätzt 3000 Exemplare. Weitere unabhängige Vorkommen liegen entlang des Rheins, besonders in Düsseldorf, Wiesbaden, Worms, Mannheim, Ludwigshafen am Rhein und Heidelberg. Ausgehend von diesen bildeten sich neue Populationen in Bonn, Mainz und Speyer. Dabei begann die Besiedlung des Rhein-Neckar-Raums ab dem Jahr 1973. Die ersten Sichtungen in Frankfurt am Main stammen aus dem Jahr 2012. In Deutschland betrug im Jahr 2006 der Bestand 6000, 7000 Individuen und 650 bis 880 Brutpaare. Für 2011 wird die Bestandsgröße für Deutschland mit 7500 Tieren und rund 1500 Brutpaaren angegeben. In Deutschland brütet der Halsband-Sittich besonders gerne in Hüllen alter Baumbestände, wie sie in Parks, Friedhöfen und großen Gärten vorkommen. Dabei bevorzugt er Platanen, die er auch als Schlafbäume nutzt. Seit einigen Jahren brüten Halsband-Sittiche, V.A. in Heidelberg, auch in der Styroporschicht der Außenfassaden wärmegedämmter Gebäude. Über die Auswirkungen der Anwesenheit des Halsband-Sittichs ist noch nicht genügend bekannt. Befürchtet wird vor allem Konkurrenz zu anderen höhenbrütenden Vogelarten und Nahrungskonkurrenz mit anderen fruchtfressenden Vogelarten. Ferner Lärmbelästigung und Verkotung unter Masse Schlafplätzen. Im Frühsommer ziehen die Tiere in Schwärmen von jeweils 10 bis 30 Exemplaren während der Nahrungssuche durchs Stadtgebiet und die Obstanbauflächen der Umgebung. Ziervogel In der Ziervogelhaltung sind durch Mutation und Zucht verschiedene andersfarbige Mutanten des Halsband-Sittichs entstanden, die involieren gehalten werden.